Kurz nachgedacht, der Adventspodcast 2023, der Nachbarschaft Süd im Kirchenkreis Walzrode. Jeden Morgen um kurz nach sechs gibt es einen kleinen Impuls für dich. In der Türchen Nummer 19 haben sich ganz viele Elfchen versteckt. Die haben die Konfis aus Schwarmstadt geschrieben und zeigen uns damit, was Winter und Weihnachten für sie bedeutet. Viel Spaß damit! Die Kerzen, der Adventskranz, die Kerzen anzünden, an der Kerze verbrennen, Advent. Weihnachten, das Geschenk, eine große Freude, ein Fest des Christentums, Familie. Tannenbaum, ihn schmücken, Weihnachtskugeln bei Lidl, endlich die Tannenspitze aufbauen, hell. Backen, Familienspaß, geht super schnell, alles super super lecker, einmalig. Winter, es schneit, es ist kalt, die Schneeballschlacht ist cool, lustig. Wichseln, Freude machen, Sachen weggeben, verschenken. Weihnachten, viele Geschenke, gibt viel Essen, ich mag den Schnee, cool. Freunden, viel Freude machen, beisammen. Kerzen, die Lichter, Kerze wird angezündet, Zeit mit der Familie, Freude. Tanne, der Baum, den Baum schmücken, es ist sehr schön, grün. Adventskalender, die Türchen, ich öffne alle, ich freue mich sehr, mega. Schrottwichteln, das Geschenk, Sachen weggeben, verschenken. Schöne Zeit mit Freunden, Freude. Backen, die Kekse, ein Lebkuchenhaus bauen, warme Plätzchen im Ofen, Decker. Schlitzschuh fahren, die Schlitzschuhe, die Altmaschine kommt, das Schlitzschuh fahren macht mir Spaß, Turniere. Schneeballschlacht, viel Spaß, mit vielen Freunden. Schneewelle, Formen und Werken, Freude. Winter, Lebkuchen, Plätzchen, Kekse, Schlitten fahren und vor allem ist Weihnachten. Das war kurz nachgedacht für heute. Wir wünschen euch einen fabelhaften Tag und hören uns dann morgen um kurz nach.